Die Voreinstellung der Behandlungsleuchte lässt sich über den Homescreen vornehmen. Für den Speichermodus 4 Sekunden auf das Leuchten-Symbol drücken. Die Helligkeit lässt sich hier in 5 Stufen regulieren. Die Farbtemperatur ist einstellbar und wird in Kelvin angezeigt. 5500 Kelvin entsprechen etwa Tageslicht. Beim Dim-Modus kann zwischen Dimmen und Composave-Modus gewählt werden und der unterste Regler bestimmt die Helligkeit des Dim-Modus oder des Composave-Modus in 5 Stufen. Gedimmt, Composave, Normal.